So Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt die Tage der NipponCon am Start und das Wetter soll nicht so rosig werden, aber wir wollen mal schauen, was so abgeht. Wir haben es jetzt Freitag. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen was und ja, es wird ein Video geben. Deswegen wundert euch nicht, dass das Video zu lang, zu kurz ist, whatever. Wir sehen uns dann später. Bis dann, ciao! Bis dann! 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 Hey, Alter Socke, was geht? Der Fabian freut sich immer mit dem Auto. Bist du nicht McCree? Hei-Nun! 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 Ehrlich, wirklich? Wow, ein schönes Cosmetry! Ey, kannst du ein Video für mich machen, wo du so ein Hei-Nun bist? Mach einmal da durchschieben! Ja, siehst du doch, hier ist noch so eine gelbe Stuntrand da und sagst, ja, hab ich direkt gekannt! Ja, siehst du doch nicht. Ich bin jetzt so schwer, ich bin jetzt so ein Hei-Nun. Ich bin jetzt so schwer, ich bin jetzt so ein Hei-Nun. Mann ist das leer hier, irgendwie es ist hier niemand, oh da ist der Mitch von 2Screen Weck dich ins Knie, du Hohenkowalsch Musik 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 JP hat jetzt was witziges vor Musik 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 Musik